Ja, hallo ihr Lieben. Heute geht es nochmal um das Thema Pilates. Ja, Pilates ist wirklich die beste Art und Weise, sich gesund zu halten, beweglich zu halten, abzunehmen. Und hier im Besonderen jetzt um Pilates Urlaub. Ich denke, dass ihr noch selten davon gehört habt. Aber ich zeige euch das mal in eine ganz, ganz, ganz fantastische Seite. So, wo möchten sie Urlaub machen? So, dann scrollt man runter und da kann man sehen, zum Beispiel Polen an der Ostsee. Ja, drei Nächte, Doppelzimmerfrühstück, 83 Franken. Okay, das ist in Euro, ja, ein bisschen weniger, 75 vielleicht. Dann Marinehotel Ostsee, drei Nächte. Dann Andalusia, Spanien für 100 Franken. Alles inklusive Pilateskursen. Ja, dann Thailand, Phuket, drei Nächte, 128 Franken. Also alles das, was das Herz begehrt, ist hier zu finden. Dann wieder mal Thailand, dann Berlin, dann Ostsee und so weiter und so weiter. Also wunder, wunderbare Angebote und alles für einen Appel und ein Ei. So, jetzt könnt ihr hier sehen, diese Pilates-Seite ist schon sehr, sehr bekannt. Und zwar durch die Zeit, die Frankfurter Allgemeine, die Welt, alles Riesenzeitungen. Die war es natürlich, Spiegel Online, Geo, Shape, Cosmopolitan bewertet und zertifiziert. Alles, was man nur haben kann. Also alles nur negativ auffallen kann man hierbei nicht. Ein Kunde sagt zum Beispiel, das war ein super Urlaub, totale Erholung, alle Wünsche wurden erfüllt. Super freundliches Personal, tolle Treatments, gutes Essen und gute Sauberkeit. Top Service. Die liebe Karin aus sowieso. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen, denn ein kleiner Wellnessurlaub ist nichts anderes. Und das für so fantastische Preise. Und man kann suchen, suchen, suchen und ihr findet noch hunderte weitere Hotels und Hotels mit Kursen. Ich wünsche euch einfach nur viel Spaß dabei und ja, dass ihr so schnell als möglich das, was ihr immer schon als Traumziel haben wolltet, verbinden könnt mit dem Schönen, nämlich Pilates. Bis zum nächsten Video. Euer Bernd.